Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Weiter geht es Passt Oh, eine Brücke Wer war denn da auf mich da oben? Königlicher Wald Das hier darf ich jetzt alles durchsuchen In diesem, verdammt Fies Die können auch manchmal in Massen kommen Also unser vorläufiges Ziel Ist Dieses Colosseum Was macht hier so Geräusche? Hier wird später eine Abkürzung kommen Ach, hier oben liegt was Wächterstülpen Woaah Weg mit dir Die sind verdammt stark Und bringt tausend So Ihr da hinten Was ist denn? Ah Der haut ganz schön rein Kommt ihr mal? Zwei Gegner auf einmal Der ist verdammt schneller als ich Ja genau, mach ne drei Vieler Moosklumpen Nicht ne meile Truhe Blaue Scholle Verdammt der Husten Den habe ich gerade habe Na Der nervt Und macht Und Dadurch bekomme ich Kopfschmerzen Verdammt Da bin ich schon wieder so einer dieser Riesen Man muss aufpassen sich hier nicht zu verlaufen Noch ein Riese Steht da einer? Definitiv Oh oh Ich habe einen Riesen aufgescheucht Du bist ein nerviger Typ Der ist echt nervig Die kostet einem ganz schön viel Leben Ich habe einen Riesen Wo bist du hin? 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 Oh, weg hier! Was? Ah, bevor du das machen konntest, bist du weg gewesen! Wächter-Gamaschen! Äh, wow! Das ist ein großer Drache! Hey! Hi! Oh! Ich war eher da! Warum fällst du hier so runter? Da! So, wieder so ein Typ! Und die einfach mal runterkommt! Und die einfach mal runterkommt! Du wirst wahrscheinlich irgendwie da eine Leiter geben! Wo man runter kann! Oder irgendwo so ein Weg! Oh! Hier runter zu fallen war nicht mein Plan! Hi! Hier ist verdammt alles durchgelöchert! Loch! Loch! Warum denn hier überall Löcher? Was? Wie zur Hölle? Wächterhelm. So. Ist das ein Wald der Gärtner? Ah, da ist auch was. Noch wieder ein paar Großpfeile. Anderer Sorte. Sich hier zurechtzufinden, ist ein bisschen blöd. Mhm. So. Hi. Ihr da. Au. Goldmünze? Wozu brauchen wir eine Goldmünze? Ah. Oh. Wow. Das bringt gegen die kaum was. Zwei auf einmal. Wir sind hart. Wir sind hart. Auf damit. Ha. Ah. Einer ist weg. Oh. 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 Na. Oh. Ich habe jetzt 40.000 in der Tasche, mindestens. Das sind 95.000, das sind doch 15.000 zu wenig. Wir haben ja die 15.000 wahrscheinlich irgendwo besorgen müssen. Hm, was liegt denn da? Noch 10.000. Na, was ist hier so? Ah, die geben viele Seelen. Oh. Jetzt will ich gucken. Jetzt gucke ich nach. Wie viel habe ich denn? Die kann man übrigens nirgendwo anders machen. Gibt nur 12.000! Hm, ich hoffe, das reicht. Ich bin schon mal in ziemlicher Überlänge. Wenn nicht, werde ich einfach ein paar Gegner nochmal erledigen müssen. Ich werde erstmal den die Abkürzung freischalten. Den Shortcut. Und wer bist du denn? Äh, ja. Ja, natürlich. Wir sind beide Stranger in dieser strangenen Land. Aber zumindest jetzt gibt es uns. Die Kassen 10.000. Wird einem teuer. So long. Und Abkürzung freigeschaltet. Benutzen. Ich will nämlich wissen, ob ich jetzt wieder ein Level abgehen kann, damit ich nicht alle Seelen beim nächsten Bosskampf verliere. Ja, ich kann aufsteigen. ein bisschen mehr Leben kann ich schaden. Und jetzt mache ich hier einen Cut und bis zum nächsten Part.